Die richtige Pazuru-Rolle. Das Pazuru-Bein geht nach vorne, die Pazuru-Hand geht auf den Bauch, die andere, die freie Hand, geht auf den Boden. Und gleich rollt der Marcel mit ganz viel Schwung nach vorne und mit der freien Hand schlägt er ab. Wer das schon gut kann, der kann direkt versuchen, über die Schulter zu rollen und nicht zu doll über den Kopf. Mit Schwung nach vorne und mit der freien Hand schlägt er ab und bleibt liegen.